Hallo und willkommen heute mal zu einem kleinen Unboxing-Video. Heute ist der 13. August und ich habe hier die am 14. August rauskommende Box von Dame lebendig begraben. Wurde mir wirklich gerade vom Amazon-Händel in die Hand gedrückt. Ich bin gespannt. Ich mache es mal auf. Zack. Statt hier habe ich nicht auf die Schneideraume aufgebaut, weil ich war überweltfähig, dass das heute schon angekommen ist. Oh, fällt mir das ganze Teig was runter. So. Und da wollte ich es halt so schnell wie möglich machen. Jetzt geh auf. Wir haben hier einen Sarg, den ich nicht aufbekomme. Ich betreibe gerade Grab-Ruhestörung der Toten. Beziehungsweise es ist nicht tot, es lebt. So. Auf ist das Teil. Dieser Duft. Da haben wir hier einmal Dame Stream Workers lebendig begraben. Das Album noch eingeschweißt. Cool. So wie Du bist. Auch noch verpackt. Die EP. Dann die Soul EP. Auch noch. ein lebendig begrabenes Sticker. Ein Poster von der Einer von Euch Tour 2015. Wo die alle sind. Ich komme Am dritten Hälften nach Hannover. Zu dir, Dame. Wenn du es mal hier siehst. Einmal war ich ja schon da. Das fehlte fehlt jetzt nur noch das da noch dieses Dings dieses kleine Ticket. Das wär's. Ein lebendig begraben T-Shirt. Der Baum. Das kleine Bäumchen ist da drin. Pflanze Deinen Baum. Pflanzenhinweis. Noch ein lebendig begrabenes Sticker. Und Dame. Mit Autogramm. Sogar hand signiert. Schade drum. Kein Da fliegt schon die Erde rum. Kein goldenes Ticket. Das wär zu schön um wahr zu sein. Aber nun ja. So ist's halt. Und da liegt er. Dame. Jetzt zeigt man kurz die Solala IP. Äh die Sol-IP von wegen Solala. So wie du bist mach ich jetzt auch mal auf. Wenn ich's aufbekomme. das kann ich jetzt auch mal auf. Also kann ich jetzt sehr gut wie du bist. Sogar mit Text drin, cool. Und nun kommen wir zum Herzstück der Sammlung. Die lebendig begraben, von wegen EP, das neue Album von dem, ich krieg das so schlecht auf. So, nun habe ich es auf. So, einmal umdrehen. Das Cover, drauf sind die Texte. Meisterschmied, Masten, Ball, Trägeträume, Gemüsebeet, einer von euch, fünf goldene Regeln. Sorgenkind, Traumreise, lebendig begraben, Paradies. Jedochesties, Lästerölung, Angst, Dr. Google, kannst du es sehen, Rosenkrieg und Resümee. Wie geht das richtig raus? So. Das gibt es dann auch nochmal in Weiß, das war nur eine schwarze Hülle. Oh. Dann haben wir hier einmal die CD und was haben wir hier? Danke an. Die Texte haben wir hier, einmal von der lebendig Seite, dann noch einmal von der beklagen Seite. Ja. Dame, wie hast du das da reinbekommen? Ah, so. Das ging eben zu schwer rein. Gut. Na dann. West in peace or welcome back to life, Dame. Damit verabschiede ich mich. Tschüss. Guys. Jawohl. Sehr gut. ... ... ...